Willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 6. Versuchen wir also jetzt die restlichen Inseln zu erkunden, die Schlangen auszumerzen und etwas zu erreichen. Einwegstrudel Ausgang, da kommen die also raus. Es gibt keine Möglichkeit hier irgendwo anzulegen. Okay, aber das ist definitiv wieder ein türkises Gebiet. Also gucken wir uns mal hier um. 1500 Erfahrungspunkte in der Hoffnung irgendwann mal ein Level abzukriegen. Hier kommt aber auch keiner, ne? Keiner will uns besiegen. Keiner will uns töten. Oh, geht sie gar nicht weiter? Nee, wir scheinen am Rand der Karte zu sein. Das heißt, es muss irgendwo eine Möglichkeit geben, anzulegen. Vielleicht hier unten? Nee, da kann man nicht hinsegeln. Wir versuchen es mal. Ansonsten müssen wir hier oben anlegen. Ah, doch. Guckt mal, hier kommt man rein. Da ist unsere Festung. Und hier können wir anlegen. Hallo? Ist hier jemand? Nee, hier nicht. Dann dort unten. Ja, verfolgen. Sind ja nur 34. Weiß gar nicht. Treppen wir noch auf Stärkere? Weil ist ja jetzt bisher ziemlich einfach. Sehr gut. Und tschüss. Will auch gar nicht zu viel besiegen. Will erst mal Festungen finden, wo ich mich dann hin und her porten kann. Feuerstrahl. Tötet immerhin 4. 6 bis 8. Die sind auch gleich dran. Okay. Zu wenig. Viel zu wenig. Nicht sehr viele Zauberer. Das macht sich natürlich nicht ganz so gut. Ah, schon gewonnen. In der zweiten Runde machen wir mehr Schaden. Dabei habe ich gar keinen Blutdurst angewendet. Sehr eichelartig. Was ist das? Vielleicht sollte ich mir das mal näher angucken. Vielleicht sollte ich auch gegen ihn kämpfen. Ja, ich kämpfe gerne gegen dich. Sehr gut. Das war Nummer 1. Die ist auch weg. Ja, erst mal auf die da. Dann gehst du auf die. Denn die Haie sind zuletzt dran. Und dementsprechend können wir die in Ruhe fertig machen. Sehr schön. So, dann holen wir erst mal die Festung. Und anschließend holen wir das da. Mach doch. Ich besiege dich eh bei der Mannschaft, die du hast. Ja, passiert. Feuerball auf. Die da. Sehr gut. Mach die Tür auf. Welches Level hast du? Sehe ich wieder mal nicht. Da muss ich durch als Lurch. Die sind zuerst dran. Aber die schießen nicht. Die schießen eher. Ja. Ach, du darfst noch mal. Dann mach doch bitte die da weg. Jetzt darfst du. Gehst nach da. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Die sind nicht mehr als erstes dran. Du gehst auf die. Ah, aber die Kenshis sind als erstes dran. Blutdorst. Feuerstrahl bringt nicht ganz so viel. Erst mal die. Dann die. Ja, nimm mal die Kenshis. Die anderen sind nachher einfach. Wir haben nicht ganz so viel Verteidigung. Gewonnen! Die nächste Festung gehört uns. Ich hoffe, er hat das Schwert. Kaishin ist tot. Er hatte das Schwert nicht bei sich, aber ich bin sicher, es befindet sich im versunkenen Tempel. Zum Glück müssen wir wohl nicht wieder durch diesen Strudel. Das hoffe ich. Ich weiß ja nicht, wo der andere Eingang ist. Vielleicht ist er da gewesen. Ja, da ist er. Mhm. Okay. Dann wollen wir die Festung mal konvertieren. Sehr gut. Abgesehen davon, dass er nichts aufgerüstet hat, gibt es hier ziemlich viel zu holen. Das solltest du mal holen. Weiß ja nicht, was Seel hier zu suchen hat. Okay. Gut. Dann portest du dich bitte hier rüber, um ihm die Leute zu bringen. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4 und 5. Besseren Zauberer gehen nicht. Dann D. Okay. Tja, mein guter Crack Hack. Wir sind echt richtig geile Cracks. Das klappt hier wunderbar. Wir kriegen auch noch magische Verteidigung dazu. Und haben jetzt endlich 130 Mana. Was ist das? Immer volle Geldbörse. Will ich haben. Uns fehlt ja auch noch das ein oder andere Artefakt. Ich glaube aber nicht, dass wir das auf diesen Inseln hier finden. Und hier in der Mitte ist auch noch eine Insel, die wir anlaufen können. Das sieht so nach Dämonen aus. Vielleicht kommen wir da durch den Untergrundtempel hin. Na, da geht es auch noch lang. Aber sonst sind hier keine Gebäude, die einen irgendwie stärker machen. Das heißt, du kannst dir den Kristall auch noch in Ruhe holen. Sehr gut. Und damit Crack Hack da mal durch. Verfolgen. Es sind ja nur 46 Kenshis. Sehr gut. Oh, wir machen immer mehr magischen Schaden. Das ist top. Und weg mit dir. Na, endlich. Ein Level Up. Und sogar in magische Verteidigung und magische Macht. Magischer Angriff. Nice, nice. Ja, das wird der einzige Kampf sein. Ich will weiterlaufen. Will mir das alles in Ruhe angucken. Sehr schön. Okay. Nochmal. Jetzt dürfen die Püppys erstmal näher kommen. Ihr habt euch schön in einer Reihe aufgestellt. Vielleicht hätte das sogar was gebracht, wenn ich ihnen jetzt die hintere hätte angreifen lassen. Ja, ich brauche im Moment keine Ressourcen. Ich muss sehen, dass ich irgendwie weiterkomme. Ah, euch muss ich tot machen. Okay. Ja, du wartest. Du auch. Das sind die aufgestürften Eispüppys. Die aber nicht ganz so viel können. Und tschüss. Wenn man weiß, wie es geht, dann geht's. Da können wir nicht hin. Aber wir sind jetzt wieder beim Gefängnis. Aha, und kommen einfach durch. Ja, okay. Aber hier ist ja nichts mehr. Das heißt, die Schriftrollen hätte ich auch später holen können. Nee, dann müssen wir von hier aus nach Süden. Jetzt müssen wir gegen beide kämpfen. Aber okay. Auch das kriegen wir hin. Zack. Bumm. Bang. Sehr nice. Sehr nice. Wir haben drei Festungen. Damit haben wir auf jeden Fall genug Potenzial, um Leute ohne Ende zu rekrutieren. Nee, wir sparen uns die Mana. Für eventuelle Rückzüge. Das war gut. Aber sie ist auch eine Fernkämpferin. Sie hat nicht ganz so viel Verteidigung. Sehr gut. Ach, das tut mir aber leid. Wer bist du? Du bist eine Armee. Aber zu dir will ich. Wir kriegen euch weg. Macht das mal im Autokampf. Langsam bin ich es leid. Es dauert mir zu lange. Guck mal, er weiß wenigstens, wie es geht. Der PC. Oh, Schwert des Piratenkönigs. Drei Angriffen Macht. Oh, das macht mich dann wohl zum Piratenkönig. Ich frage mich, ob es eine Krone gibt. Quatsch. Ich würde mich nie von meinem Helm trennen. 50.000 Erfahrungspunkte und 5 Schicksalskraft. Piratenkönig werdet Piratenkönig in Heer der Grausamen Meere. Geschafft. Wir sind Piratenkönig. Und jetzt? Die Medusa. Werdet Piratenkönig. Das haben wir geschafft. Findet den Schädelring. Findet den Rüstungsschmied. Habe ich beide noch nicht gefunden. Und das war jetzt alles hier? Ich bin ja enttäuscht. Gut, dann ist das hier der letzte Kampf. Wir gehen wieder an die Oberfläche. Und dann werden wir mal gucken, dass wir ein bisschen level. Also, ich werde gucken, dass ich ein bisschen level. Obwohl, Einkampf könnten wir ja noch machen. Dann hätten wir wenigstens unser Level ab. Das ist doof. Warum hast du das denn gemacht? Die wollte ich doch für später auch bewahren. Gut, level ab. Sehr schön. Damit können wir wieder 2 Punkte vergeben. Eins geht in Angriff. Eins in Verteidigung. Und damit sind wir komplett durch. Wir können uns jetzt noch... Auf was wollen wir uns jetzt noch skillen? Plünderer, ein Drachenblutkristall pro Woche. Ja, wir könnten uns jetzt noch auf Luft spezialisieren. Wobei das ja auch albern ist, aber... Dann hätten wir wenigstens den Blitzstrahl. Nee, das will ich gar nicht. Was haben wir noch? Hier ist auch alles durch. Den Riesentöter. Den werde ich noch nehmen. Ja, und die 6. Und dann sind wir auch schon bei 29. Und dann können wir uns noch irgendeins aussuchen. Keine Ahnung was. Ab nach Hause. Kapitän Heck, ich glaube, ich weiß, was die Medusa tut. Und ich kann ihr Ritual stoppen. Aber dafür reichen meine Kräfte allein nicht. Ich brauche noch eine andere Art Magie. Die Magie der Meerelfen. Also müssen wir Siele finden. Also, Falagar, ich bin König. Wir haben Siele gerettet. Was nun? Himiko, die Medusa, hat rings um den großen Kessel mehrere Portale zu den elementaren Ebenen geöffnet. Sie benutzt die Portale, um Elementarkräfte im Krater zu konzentrieren. Sie hatte den Vulkan bereits geweckt. Was kann sie noch mehr erhoffen? Elementarkräfte sind ihrem Wesen nach gegensätzlich. Wenn man sie mischt, kann das verheerende Folgen haben. Mein Freund Schwefelbart könnte euch einiges dazu sagen. Er hat sein Leben mit dem Studium der Wirkung von Feuer auf Wasser verbracht. Er glaubt, ihre Vermischung erschafft etwas Starkes. Starker als zum Beispiel Pao rum. Ähm, ja. Im Prinzip könnte man sagen, dass Himiko diese Elemente, ähm, man könnte sagen, unter Druck setzt. Der Druck baut sich immer stärker auf und dann... Roms. Genau. Der Vulkan bricht nicht einfach nur aus. Er explodiert und setzt eine Kettenreaktion in Gang, die sich über die vulkanischen Tunnel auf den Rest des Archipels ausbreitet. Alle Inseln werden zerstört. Und die entstehende Flutwelle wird so groß sein, dass sie die Westküste von Talan überschwemmt. Was können wir tun? Wie kann ich helfen? Wir müssen die Herrschaft über die Portale übernehmen, die Himiko geöffnet hat. Und ihre Energien, sagen wir, zweckentfremden. Diesen Teil kann ich übernehmen. Himikos Portale zweckentfremden? Hört sich simpel an. Das ist nicht alles. Um die Reaktion zu stabilisieren, müssen wir ein Gefäß für die Elementarkräfte erschaffen. Ich weiß, Meerelfen haben eine Möglichkeit, Magie durch Bäume zu leiten. Nicht Bäume. Samen. Ich verstehe, was ihr vorhabt. Aber wir brauchen heilige Samen, wenn es klappen soll. Einen pro Portal. Einen habe ich, aber wir brauchen noch zwei weitere. Schön. Ich habe keine Ahnung, was du da ausbrütest, Falagar, alter Junge. Aber versuchen wir's. Okay. Dann sind wir jetzt also in der nächsten Mission. Irgendwelche Samen sammeln. Aktives Ziel findet drei heilige Samen. Zwei von drei haben wir schon gefunden. Das eine hat zum Beispiel auch diesen Weg geöffnet. Und der andere, da wusste ich auch nicht, was ich damit anfangen sollte. Dann die Medusa erfüllt die Aufgabe Gegenzauber. Das werden wir gleich schaffen. Ich will aber vorher den Schädelring und den Rüstungsschmied. Dann machen wir erst weiter. Jetzt levele ich erstmal in den Gebieten, die wir bisher erkundet haben. Weiter traue ich mich dann ohne euch noch nicht. Ich will euch auch ein bisschen was präsentieren. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.